Herzlich willkommen bei RUEG Gartendesign. Wir sind Ihr professioneller Partner für die Konzipierung, Planung und Erstellung Ihres Gartens und natürlich auch für den Unterhalt. Unsere Branche liegt uns am Herzen, deshalb bilden wir auch Lehrlinge aus. Mit neuen Ideen und viel Fantasie schafft man sich alle paar Jahre ein neues Paradies, angepasst an die sich ebenfalls verändernden Umstände in den verschiedenen Lebensphasen. RUEG Gartendesign steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Von der Gartengestaltung bis zur Gartenbeleuchtung, von Hauszugängen bis zu Bepflanzungen und Natursteinarbeiten sowie Sitzplätzen und Terrassen. Auch für die Pflege und den Unterhalt können Sie sich auf uns verlassen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter haben unterschiedliche Gesichter und stellen auch andere Ansprüche. Legen Sie diese Arbeiten vertrauensvoll in unsere Hände. RUEG Gartendesign – für Planung, Ausführung und Pflege.